So kommen wir zu einem weiteren Bauteil der Elektrotechnik, nämlich einem sogenannten Transistor. Der Transistor, den werden wir gleich auflösen und identifizieren als elektronisches Relais sozusagen. Wir wollen uns aber zunächst mal anschauen, welche Bauteile hier in dem doch etwas komplex wirkenden Schaltplan überhaupt verbaut sind. Zunächst mal haben wir oben wieder in aufgelöster Darstellung unsere Klemme 30, entsprechend unten unsere Klemme 31, also Plus und Minus. Wir haben hier ganz zentral sitzen den Transistor. Wir haben des Weiteren hier einen Widerstand R2 und hier haben wir einen Voltmeter geschaltet, parallel zum Transistor. Hier haben wir einen Widerstand R1 und hier haben wir einen Schalter. So, dieser Transistor besteht im Grunde genommen aus zwei Dioden und die drei Anschlüsse sind bezeichnet mit Basis, Kollektor und Emitter. Man unterscheidet, auch das will ich hier gleich am Anfang sagen, zwei Arten von Transistoren. Wir werden diese beiden Arten von Transistoren auch gleich in verschiedenen Schaltungen uns ansehen und ihr werdet sehen, dass das eigentlich kein Problem ist. Der Unterschied liegt in der Ansteuerung der Basis. Einmal, wenn dieser Pfeil von der Basis weg zeigt, dann handelt es sich um einen sogenannten NPN-Transistor. NPN-Transistoren, vielleicht kann man sich das über diese Eselsbrücke ganz gut merken, müssen an ihrer Basis positiv angesteuert werden, damit sie einen Strom ermöglichen, der von der Spannungsquelle hier oben 30 über den Widerstand über Emitter und Kollektor auf Minus verläuft. Also nochmal, NPN müssen hier positiv angesteuert werden und wir werden noch erleben, dass es einen Transistor gibt, wo im Grunde genommen dieser Pfeil auf die Basis zeigt. Das sind sogenannte PNP-Transistoren und die müssen tatsächlich hier negativ angesteuert werden, damit sie durchschalten. So, jetzt schauen wir uns aber diese interessante Schaltung hier noch an. Und ja, wir haben hier den Schalter offen. Entsprechend ist der Stromfluss hier 0 Ampere. Das heißt, wir haben keinen Stromfluss über den Transistor. Dieser Transistor sperrt. Und wenn der Transistor sperrt, dann messen wir hier 6 Volt. Da muss man einen Moment darüber nachdenken. Aber dann kommt man zu dem Ergebnis. Klar, wenn der Transistor sperrt, habe ich von unten negatives Potenzial am Voltmeter und von oben habe ich positives Potenzial am Voltmeter. Entsprechend muss mein Transistor auch irgendeine Spannung anzeigen, die sich ergibt aus dem, was die Spannungsquelle uns zur Verfügung stellt. Gut, entsprechend, wenn dieser Transistor nicht angesteuert wird, also hier kein positives Potenzial hat, dann sperrt der Transistor und entsprechend muss der Arbeitsstrom auch 0 Ampere sein. Jetzt ändern wir das. Wir legen jetzt mal einen Impuls. Das ist hier nicht ganz glücklich. Also wir wollen jetzt die Basis tatsächlich einmal mit Spannung versorgen. Wir haben eben gesagt, eine positive Spannung müssen wir hier anlegen. Was dann passiert ist folgendes. Der Transistor wird dann auf seiner Basis-Emitter-Strecke leitend und dann schaltet der Transistor diesen großen, möglicherweise großen Arbeitsstrom eben durch. So, wenn ihr mal überlegt, was werden dann die Voltmeter anzeigen? Wenn dieser Transistor durchschaltet, dann wird die Spannung hier vermutlich 0 Volt sein. Unser Arbeitsstrom wird eben da sein. Also es wird ein Strom fließen über den Kollektor des Transistors und wir haben auch unseren Basis-Strom I. Die beiden Ströme werden sich übrigens hier zum Gesamtstrom I-Gesamt addieren. Das heißt, es fließt ein Strom, ein Arbeitsstrom. Wir messen 0 Volt, weil kein Spannungsabfall über unserem Transistor messbar wird. Der Transistor ist durchgeschaltet. Wir haben hier negatives Potenzial und wir haben auch dort negatives Potenzial, also entsprechend 0 Volt. Und wir haben einen Basis-Strom I-B. Ich fasse nochmal zusammen. Also, es geht um dieses Bauteil. Dieses Bauteil unterscheiden wir in zwei Typen. Einmal einen sogenannten NPN-Transistor. Der ist hier dargestellt. Der Pfeil zeigt von der Basis weg. Solche Transistoren werden an ihrer Basis positiv angesteuert, wenn sie durchschalten sollen. Und wir haben sogenannte PNP-Transistoren. Diese Transistoren müssen an ihrer Basis negativ angesteuert werden. Der Pfeil zeigt dann im Schaubild zur Basis hin. Hier nun die Beispiele für PNP- bzw. NPN-Transistor. In unserem ersten Beispiel zeigt der Pfeil auf die Basis, dann wissen wir, es muss sich um einen sogenannten PNP-Transistor handeln. Das heißt, wir müssen unsere Basis an negatives Potenzial anschließen, damit die Basis-Kollektor-Strecke leitend wird. Und genau das sehen wir hier. Wir sehen hier angedeutet über diesen Strompfeil I-B, dass über den Vorwiderstand, der hier abgebildet ist, bei geschlossenem Schalter, die Basis an negativen Potenzial angeschlossen ist. Entsprechend wird diese Strecke Basis-Kollektor leitend. Und der große Arbeitsstrom-Emitter-Basis-Kollektor, wenn ihr so wollt, wird dann geschaltet und die Lampe ist entsprechend erleuchtet. Wenn ich jetzt diesen Schalter öffne, dann nehme ich der Basis das negative Potenzial, der Transistor wird sperren und die Lampe wird ausgehen. Jetzt nun das Pendant mit einem Transistor, bei dem der Pfeil von der Basis weg zeigt. Wenn man sich das jetzt gemerkt hat, dann ist das ein sogenannter NPN-Transistor. Wir müssen also hier die Basis, das ist ja auch praktisch die Eselsbrücke, wieder NPN-positiv ansteuern. Und das tun wir hier über den Vorwiderstand. Bei geschlossenem Schalter sorgen wir hier für einen Basis-Emitterstrom, hier IB. Und dieser Strom wird dafür sorgen, dass unsere Kollektor-Basis-Emitterstrecke leitend wird und dann unsere Lampe praktisch über unsere Spannungsquelle mit negativen Potenzial versorgt wird und entsprechend auch leuchtet. Auch hier wieder, wenn ich diesen Schalter öffne, dann wird diese Basis von ihrem positiven Potenzial befreit und entsprechend wird der Transistor sperren. Das gleiche gilt im Übrigen natürlich, wenn ich diesen Schalter in diesen negativen Stromkreis verlege oder an das negative Potenzial anschließe. Auch dann wird dieser Transistor den Strom sperren, also sprich nicht durchhalten.